Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 23. November 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1370, heute mit den folgenden vielen Problemen, äh Themen, genau. iMessage, Samsung Knox, Whoop, Roadside Assistant, Mini, Spotify, LumaFusion, Fuzzy Feelings, Huawei, Reparatur, Sunbird, Procreate Dreams und Kugel. Ja, dann würde ich doch sagen, starten wir gleich mit dem iMessage-Exporter in der Version 1.7.0. Den gibt es ab sofort zum Download, ist eine Open-Source-Software, die es euch ermöglicht, all das, was ihr in iMessage lokal auf eurem Gerät habt, also dem Mac, zu sichern, ein Backup davon zu ziehen. Die Dinge sind nämlich irgendwo in der Library gespeichert. Eigentlich könnt ihr auch gleich da das Ganze rausziehen. Das Schöne an der Version oder an der Software ist, es wird dir als HTML ausgegeben, so dass du quasi wie durch eine Webseite durch deine Chats gehen kannst im Nachhinein. Sehr, sehr sexy, unbedingt, Backup ist immer gut. Und das BSI, das Bundesamt für, was war das schon wieder, Sicherheits- und Informationstechnik oder irgend sowas, die hat jetzt gesagt, dass Nox eine gute Geschichte ist und man es nutzen kann und oder sollte, sofern man dann möchte. Wenn das keine Adelung ist, ja, würde ich doch mal behaupten und oder auch nicht. Ihr wisst es vielleicht besser, nutzt ihr Samsung Nox, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Für all diejenigen, die schon mal darüber nachgedacht haben, sich ein Fitness-Armband von Whoop zu holen, am Freitag ist es soweit. Da gibt es neben Kleidungsstücken, Short-Slips, Schwimmanzüge, Badehosen, Sport-BHs und Kompressionskleidung, Armsleeves und Live-Laufkleidung auch sonst noch Vergünstigung. Es ist nämlich Black Friday und da gibt es bis zu 40% auf Kleidung und 30% auf Armbänder. Ich glaube, ich muss mir ein neues Armband holen. Wer das möchte, ich kann euch einen Link in die Shownotes machen. Wahrscheinlich erst morgen oder übermorgen, ich muss mal schauen. Aber da könnt ihr auch dem Geek Talk Daily ein bisschen was zurückgeben, indem ihr den nutzt. Ihr bezahlt gleich viel, ich bekomme da ein bisschen was zurück. Ich bin übrigens sehr, sehr happy mit dem Teil und nutze es mittlerweile seit fast einem Dreivierteljahr. Der Testbericht rollt nahe. Apple zeigt, wie das Ganze mit der Roadside Assistance via Satellit funktioniert. Wenn euch das interessiert, rate ich euch mal, in die Shownotes zu gehen. Da habe ich euch ein Video verlinkt, das ihr euch anschauen könnt. Das zeigt euch dann eben auch, wie das Ganze zu funktionieren hat. Ja, und dann geht es weiter mit dem Car-Key. Nicht digital, der ist schon digital. Genau, der Car-Key, die Erfindung oder die Geschichte, die nicht nur Apple nutzt, um das Smartphone zu nutzen, um ein Auto aufzuschliessen. Die Car Connectivity Consortium oder das Car Connectivity Consortium hat sich nämlich, ja, darauf, wie soll ich sagen, zusammengeschlossen. Da gehören Autohersteller mit dazu und eben Elektronikanbieter wie Apple, Microsoft und Google, die dann eben Lösungen auf dem Ultra-Breitband-Funktion zur Verfügung stellen, dass man dann im Smartphone aus der Wallet heraus sein Auto aufschliessen kann. Und da kommen jetzt neue Dinge mit rein, die Apple mit reingebracht hat. Vor allem aber auch kommt ein neues Audio mit dazu oder eine Linie. Die Minis, die BMW, was ja mittlerweile zur BMW Group gehört, die sind jetzt neu auch bald mit drin. Was heisst neu und bald? Ja, nächsten Sommer dann, wenn es soweit ist. Dann gibt es Neuigkeiten zum Google- und Spotify-Deal. Durch aktuelle Klagen in Richtung Google-Epic, da sind sie ja fleissig am fighten. Ich habe hier mal berichtet auf der Daily. Da ist jetzt rausgekommen, dass Spotify und eben Google einen Special-Deal haben. Die bezahlen nicht so viel wie andere Entwickler. Und das ist natürlich so ein Ding, das unschön ist. Aber wer hätte das gedacht, dass da grosse Firmen nicht irgendwelche Spezial-Dienste aushandeln? Auch wenn es immer geheissen hat, nee, das gibt es nicht. Jetzt ist es draussen. Was auch draussen ist, ist ein Update für LumaFusion für alle iPhone 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15 Pro Max Modelle. Das Tolle daran ist, jetzt kann man ab sofort auf dem iPhone oder auch auf dem iPad von externen HDs oder SSDs, besser gesagt, seine Filme schneiden. Das gefällt mir sehr gut. Auch wenn ich einen Terabyte Speicherplatz auf meinem iPhone habe, möchte ich nicht immer jedes Videoteilchen aufs iPhone spielen und dann erst wieder rauslassen. Also somit, mir gefällt das Update sehr, sehr gut. Fuzzy Feelings, das ist das neue Weihnachtsvideo von Apple. Und es ist so schön. Die Geschichte, ja, es ist immer das Gleiche. Es sind Emotionen, die verkaufen. Und das tut es auch hier. Ein schönes kleines Filmchen, das man auf jeden Fall anschauen kann, ob man das Behind-the-Scenes auch noch anschauen möchte. Das hängt dann vom eigenen Willen und Zeitvermögen ab. Aber auf jeden Fall, das Video kann ich euch sehr ans Herz legen. Man sieht kein einziges Mal irgendwie ein Produkt aus dem Haus Apple und oder nicht ganz wirklich. Nee, nicht. Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall, viel Emotionen sind mit dabei. Neuigkeiten gibt es auch von Huawei. Die haben ja das Harmony OS Next vorgestellt, das anscheinend auf gar nichts mehr von Android zurückgreift. Sprich, eine eigene Geschichte ist aus dem Hause Huawei. Wie damals mit Harmony OS, als sie es vorgestellt haben, auf längerfristige Sicht auch angekündigt, dass es was Eigenes sein soll. Das bleibt aber China vorenthalten. Man hat jetzt zumindest bestätigt, dass für den europäischen Raum Huawei neben Emui, der Oberfläche über Android, Android im Untergrund treu bleiben wird. Na dann, mal schauen, wie das weitergeht. Weiter geht es bei uns mit dem Recht auf Reparaturen. Die EU hat es durchgebracht, die Möglichkeit oder das Recht auf Reparatur gegeben sein muss. Was heisst das für euch? Ja, in Zukunft könnt ihr darauf bestehen, dass das Gerät repariert wird, wenn es den Sinn macht, es zu reparieren und nicht ausgetauscht zu werden. Ja, da bin ich mal gespannt. Der eine oder andere ist manchmal doch vielleicht auch froh, wenn er ein neues Modell bekommt, wenn dann da irgendwas gewesen ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das auf die neuen Produkte auswirken wird, die dann in den nächsten Jahren kommen wird. Was nicht so schnell wiederkommen wird, wahrscheinlich ist Sunbird. Die App, über die wir, glaube ich, auch schon mal hier gesprochen haben, aber sicherlich im News-Format vom Geek Talk. Ihr könnt das gerne auf geektalk.ch, dem Mutterformat, in der letzten Episode nachhören. Ja, Sunbird ist die Möglichkeit, iMessages auf Android zu bringen, von dem ich richtig stark abgeraten habe. Jetzt ist klar, dass da irgendwas nicht ganz so ist, wie es ist. Anscheinend scheint doch nicht alles so verschlüsselt sein, wie es sein sollte. Und auch das Versprechen, dass sie keine Daten ablegen, stimmt auch nur halb. Sie legen Daten ab auf externen Servern, nicht auf den eigenen. Ja, es gibt so ein komisches Feeling. Und schön ist es natürlich für die, ach, wie heissen die, Oneplus? Nee, nicht Oneplus, Nothing, Smartphones, die genau diese Funktion vor kurzem integriert bekommen haben. Aber ja, Procreate kennen sicherlich viele von euch. Meine Tochter malt darin sehr, sehr viel. Jetzt kommt Procreate Dreams raus, eine App, mit der jeder von euch anscheinend Animationen erstellen kann. Ich gebe das, glaube ich, mal meiner Tochter. Die wird sich sehr darüber freuen. Und zu guter Letzt, was haben wir noch? Ich glaube, das war es. Ach nee, ja, beim Google-Epic-Geschichten-Deal, nicht Deal. Wie heisst das? Beim Krieg zwischen Google und Epic vor Gericht. Genau. Da ist jetzt rausgekommen, dass Google anscheinend hat Epic kaufen wollen, um eben sie positiv zu beeinflussen. Ich dachte, wir hätten das schon mal irgendwann vor Monaten irgendwie als Gerücht gehabt. Jetzt ist es bestätigt. Was hat Google damit machen wollen? Das ist eine gute Frage. Wir hätten es rausfinden können, wenn es geklappt hätte. Bis jetzt, ja, Stadia ist ja eingegangen. Und das Ganze war noch vor Stadia. Also, die Zeit rennt teilweise schnell bei Google. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne das nächste Mal wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.